Augsburg hat ein Herz für Fledermäuse. Im Mai 2019 stimmte der Umweltausschuss zu, das Fledermausprojekt Ein Herz für Fledermäuse finanziell zu unterstützen. Seit Beginn des Betriebs Mitte 2019 konnten bereits 15 Tiere wieder ausgewildert werden. Aktuell gibt es elf Pfleglinge in der Station. Nach einer Verletzung beispielsweise müssen die nachtaktiven Tiere ihre Flugfähigkeit trainieren und auf die Wiederauswilderung vorbereitet werden. Tagsüber können Besucher der Fledermausstation per Kamera in die Schlafstuben schauen und erfahren alles Wissenswerte über Fledermäuse.